Kämpfen, schießen, Panzer fahren. Mit actionreichen Image-Videos wirbt die Bundeswehr um mehr junge Leute. Die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högl schlägt deshalb nun eine freiwillige Musterung vor. Dabei würden ein ganzer Jahrgang zur Tauglichkeitsprüfung eingeladen, die Teilnahme wäre freiwillig. Der Präsident des Deutschen Reservistenverbands der Bundeswehr sieht in dem Vorschlag eine Chance. Ja, es fehlt Personal in der Bundeswehr, das gilt sowohl für die Bundeswehr als auch für die Reserve insgesamt. Und diesen Zugang zur Bundeswehr zu kriegen, auch vielleicht über solche Fragestellungen, wie fit bin ich eigentlich, was kann ich auch für meine Fitness tun, das sind Zugänge, die sollten wir nutzen, deswegen ein guter Vorschlag der Wehrbeauftragten. Aktuell gibt es bei der Bundeswehr rund 183.000 Soldaten. Bis 2031 soll die Zahl auf 203.000 steigen. Eine kaum zu erreichende Zielmarke, zumal viele junge Menschen eine Einladung zur Musterung ablehnen würden. Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde den Brief ignorieren. Sofern das nicht an irgendwelche Konsequenzen oder Folgen gekoppelt ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich glaube eher nicht. Ich finde die Bundeswehr irgendwie total unangenehm, was man immer hört über so sexistische und rassistische Vorfälle ist irgendwie nicht meins. Auch beim Verteidigungsministerium weiß man nicht, was man von dem Vorschlag halten soll. Da müssen Sie mir jetzt helfen, was die Musterung ohne den dahinterstehenden Zweck und Ziel der Dienstpflicht oder der Wehrpflicht bringen soll. Verstehe ich nicht. Bei der Wehrpflicht gibt es einen breiten Konsens. Sie wird so schnell nicht zurückkommen. Vielen Dank.